Er schafft den Kampfhubschrauber für den Überfall auf Fummellabs. Erwerter Security hat einen Endschrittpunkt am Hafen. Das einzige Problem, es geht ja wohl, wenn ich mitfahre und dann abschießen muss. Da habe ich kein Problem, das habe ich ja auch schon gemacht. Ja, schwitzt nicht. Was ich hasse, ist selbst so einen Scheiß-Dreck-Style zu fahren. Ja, musst du doch nicht. Sascha macht das schon für uns. Ich mach das schon. Dieses Mal kriege ich es auch hin. Ich bin da zu dick. Der schreibt wenigstens. Hi. Das ist positiv. Wir könnten eigentlich auch über das Spiel kommunizieren, nur das... Schon in die Hose gemacht? Woher müssen wir denn überhaupt... Wo ist denn mein Auto? Müssen wir denn hin? Hah, warum? Da unten. Da ist schon wieder so viel Scheiß. Hä? Hä? Ich verstehe das nicht. Schon gemacht, Dio. Weil wir nicht. Aha. Wir nicht. Er fährt auch vor. Ich fährt einfach mal den Typen da nach. Mal gucken, was der... Er fährt irgendwie falsch. Was? Er fährt hier, oder? Er verdient ja einen Sport-Outwegler. Wegler. Ja, wir haben auch einen Sportwagen. Ja, wir haben auch einen Sportwagen. Nein, 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 nein. Tja, 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 tja. Wir haben auch einen Sportwagen, wollte ich das sagen. Die Grafik hat er doch nicht, ja, naja. Auf. Alter, ich fahr grad eine Scheiß zusammen. Du, jetzt fahr weg. Du, du. Frag mich, wo ihr seid. Du, 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 du. Aber ich fahr ganz woanders rum. Ja, ich fahr ganz. Ich bin eh dann genau gefahren, aber der verdient mir die Antwort, ja. Ich fahr über die Nase. Lass mich eigentlich für Scheißen. Da vorne ist einer. Da, ja, da ist der Typ. Du musst nur save spielen. Alle müssen ja nicht. Nur save, also vorsichtig langsam. Alles klar. Da ist eine Sperre. Sascha, wo hinten? Wir starten Autos. Was? Oh, nee. Ja, nee. Was gerade ist. Du was? Jetzt hat die Straße gestirrt. Okay, Maske auf jetzt. Ich würde hier langstanden. Ähm, öffnet sie gerade? Ähm. Aber die sind jetzt alle dödlich. Na, mach das. Äh. I don't know. Der Mann ist ja keine Kohlen drauf, ja. Der mit dem Kuh meine. Ich sag ja. Der mit zwei Sportwagen macht mir mehr Angst. Und Heli ist da. Ach, holl ich ja auch das verliebt. Wer macht Heli? Ich nicht, aber ich hab ihn ja wieder ledig. Ich hab ihn da drinnen. Ich hab ihn da drinnen. Ich hab ihn da drinnen. Der Typ ist auch. Wo ist eigentlich unser früter Freund? Ja, da. Oh, schicke Kar. Ich hab ihn da drinnen. 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 Wo ist denn hier der Kanak? Ja, jetzt können wir weiterfahren. Ich seh' keiner mehr da. Ich hab ihn da drinnen. Guck, wo ist der denn? Habst du da durchgefahren? Warten wir doch irgendwie. Waren wir uns schon mal irgendwann? Äh, ja. Da haben wir ihn da kommen. Was in der Story? Ja, das würde... Ah! Ja! Mein Gott! Alter... Der Rampen... Ach, danke Sascha... Ja, aber... Ja, aber... Der Chopper. Einer fliegt und... ... die anderen... Ich bring ihn. Und Waffen! Da habe ich den schon mitgemacht am Blaffen. Also, mitschießen. Kann ich? Nein, das kann man schon, oder? Nicht du fliegen, lass den fliegen. Ich erkenne sie aus, wahrscheinlich. Ist ja er fliegen. Ja, steigt aus, Alter. Ich erwarte, Tom schon, ich habe nur die da hinten. Nein, er fliegen würde. Ja, danke, dass du... Oh, ich bin zu früh. Du rennst fast hin, wir durchs Rad durch. So muss ich wissen, ich schieße. Weil, ist es dann so, dass dein Helikopter dann später auch kommen? Ja, die kommen ja schon da vorne. Sascha, du vorne als Beifahrer kannst auch schießen. Ja, ich sehe gerade hier, um zu feuern. Wo sind da der Helikopter? Ich sehe nicht. Weil ich würde dann gerne beim Überfahrt Beifahrer sein, weil das habe ich schon gemacht. Da kenne ich mich aus, da weiß ich wo die ganzen Leute kommen. Weil das echt viel zum Abschießen. Die über uns kommt hinter uns. Am besten macht ihr dann Bodentrupp und... Der Wunder läuft immer. Links, links ist ein Helikopter. Ja, das kann ich nicht hören. Ah, mein Gott, es ist aber kalt. Also wenn du erschießt, ist rückelt bei mir voller Spiegel. Wer? Der wird schießt. Okay. Ich kann ja nicht mehr schießen, weil... Ich kann ja nicht mehr schießen, weil... Scheißdreck. Wenn die hinter uns sind... Ich kann ja nicht mehr... Wer fliegt denn? So, dort oben sehe ich. Von welcher Seite nicht. Der ist doch geil. Ja, der... Der fliegt überall irgendwo. Ja, der macht sich wahrscheinlich selbst kaputt, die Flieger. Soll einfach fliegen, weil wir brennen schon. Aber ist mir egal. Wir brennen. Ich sehe es nicht, weil ich bin ja hier in Kamel. Oder ich brenne, würde ich mal sagen. Was brennt bei mir? Ja, brennen. Ja, vor allem reicht der Null aus, wenn er auf den Geschoss kommt. Mein Gott. Der Typ kennt sich aus. Ähm, der Sing. So, Frank, wie schießt. Ja, weil wir... Wo kommen wir denn nicht ans Ziel? Hm. Na, echt? Jetzt haben wir ein Problem. Der Valkyra wurde zerstört. Haben wir fein gemacht. Katulierer. Das Ganze hat jetzt halt wieder 57. Der erste Treffer war mies. Wir haben so... Munition ist... Das und... Das und... Nicht freier Modus, nicht freier Modus. Nein, deswegen. Ja, du musst nur Schiff, links, steuern, links und... Das ist nix. Deswegen war ich jetzt mit der Maus, weil dann... kann ich nicht versichtlich zu einem Enterdruck. Wir sagen schon. Du musst ja kein Enterdruck. Das ist auch, wenn ich die Munition kaufe. Stimmt. Okay, wir spawnen eigentlich hier unten wieder. Ja. Soll der Typ fliegen? Na, wir geben ihm noch eine Chance. Ja. Ja. Soll ich Beifahrer machen jetzt? Oh, doch. Mir ist egal. Kannste gerne machen. Dann machst du Beifahrer. Ja. 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 Soll komm ich so zu sitzen. Also, es ist ja Miniganz. Kannst du da bisschen hier abziehen? Gibt es schon Helikopter? Ich sie kann. Schon mal warm schießen? Da links drüben, bei euch. Sascha, die ist nicht so viel. Sascha, also du. Nicht. Ja, boah, boah, schau. Wir sehen, dass da schon einer vor uns ist. Geh die nicht. So einer ist schon mal weg. Oh, da kommt nur einer. Von rechts. Ah, hier drüben. Auszeichnen, als Frageast. Ja komm, ich kann nicht. So, da schieße ich auch nicht. Hier brennt ich schon. Ah, wieso treten der jetzt? Wir sind eine andere U-Frau, da bitte noch einer. Ja, das war... ...verbot. Wir haben ihn gerade gut gemacht. Wenn du Ö-Stick gedrückt hättest, Sascha hat das noch montiert, dass... ...klingst eben mal durch hier. Da braucht nicht viel mal warten, bis er startet. Ja, ich hab ja die ganze Zeit auch vorher gemacht. Ja, das war's schon. Ja, aber er versucht eben wieder zu drehen, weil Möhet... ...hat... kann wirklich nur vorne. Ah. Ja. Ja, ich kann wohl ein bisschen drehen. Ja, ein bisschen, aber... ...viele nicht. Na ja, guck mal, was wird schon. Da unten ist einer. Ja, solange wir nicht brennen und der Trottel nicht so... ...schief fliegen. Warte, jetzt müssen wir ihn nur drüber fliegen. Das ist schön. Da ist alles frei am Ende. Die Arbeit, Junge. Glauben wir, dass er richtig landet. Jetzt wird einer, der da runterhüpft und dann... ...Latschdott. Latschdott, wer abzeit hüpft. Ich glaub, der kann fliegen. Na ja. Dem Sinn können wir ja schon zugute. Ja, das haben wir schon geübt. Ja, vielleicht sollte er drauf ein bisschen höher fliegen. Er muss auf einmal landen, was das richtig ist. Dort vorne, weil er braucht. Okay. Oh scheiße, bitte fliegen anstehen. Warum schießt jetzt so jemand? Ich hab geschossen. Oh, das schaut nicht gut aus. Boah, ey Leute. Mö, jetzt halt die Klappe. Das schaut gut aus. Das ist schwer. Er könnte doch auf der Straße umlanden. Wird auch genügend. Darf er eben nicht. Weil der Heli muss dorthin. Angst, Angst, Angst. Nicht wie ja. Mö, die Fresse. Mein, nein. Mein, nein. Stauze, ey. Der wird doch fast ins Haus sein. Nein. Der macht das relativ gut. Ja. Oh, gibt's den wieder zu kaufen? Der Kleiner. Okay, we got it from here. Ich glaub ich hab mit dem mal schon gespielt. Das ist einfach so komisch bekannt. Das ist alles leer. Ich hab kurz hinten reingeguckt. Alles passt. So, ja, passt. War jemand drinnen? War jemand drinnen? War jemand drinnen? So, jetzt kam endlich das letzte Mal hin. Uh. Schön, schön, schön. 10.000 wieder. Na weh, jetzt kriegt man etwas Geld. 78. Nur die Erfahrung ist nix. Ja, das hab ich dir gesagt. Das ist... Geld zu verdienen ist ein solcher Job scheiße. Ja. Nur du willst ja das Fahrzeug. Und das Fahrzeug ist geil. Eben, und dann können wir mit dem Fahrzeug besser rumflitzen. Und die Hydra kaufen wir uns. Hydra? Die Hydra kaufen wir uns. Kaufst du dir? Ja. Immer jemand anders mit der Zigarette. Habt ihr den Typen gesehen? Der Typ ist der Typ, der ist geil aus. Der hat mich gemacht. Shrefty schlägt hier alle kurz und klein. Shrefty, wo willst du hin? Was? Ich hab mich schnell weg gemacht. Ja, war ich auch mal schnell weg. Komm, Shrefty, jetzt mach. Der geht nicht. Der kam noch keine Einladung von Lester. Der wartet auch drauf. Wir warten alle. Kannst du ja sagen. Kannst du ja schreiben. Machst du nix auch? Auchm? Ach. Ich würde sich nix denken, hääääääää. Gern. Gern. Gut dann passt. Ja, die da ja nicht. Ich... das macht hier heilen und geht dann auch